Wir sind heute bei Tag 3 bei Ische Workshops mit den Lion Kids hier in Bern. Und auch heute darf ich wieder Ische tolle Song «Our time is coming» den Kindern zeigen. Wir haben Choreo dazu, die muss ich ja auch noch lernen. Und für mich das unglaublich Schöne ist, die Kinder singen den Song mit mir. Also ich darf nachher die Kinder auf dem Song haben. Und ja, ich habe recht gerne, was sie hier singen, nämlich Ische Zeit kommt, wenn sie richtig so wie wir sind und wir müssen auf den anderen aufpassen. Wir haben ein Lied mit Stephanie Heitzbän jetzt so gesungen. Es geht um, man sollte so sein, wie man ist. Man sollte sich nicht lernen, egal was andere sagen. Ich habe sehr gerne englische Songs. Und ich finde auch wieder, er gibt halt so richtig Selbstbewusstsein. Und er hat halt auch so ein bisschen entkickt innen. Also man kann irgendwie nicht so ruhig stehen, einfach so, wenn man deckt. Das war eine ganz spannende Aufgabe für mich und mein Team. Ein Song schreiben für Kinder. Und ich finde ja immer, die Songs müssen ja gar nicht kindlich klingen. Weil es soll wirklich einfach ein Song sein, der Spass macht, der sich ermütigt, man ein gutes Gefühl gibt. Und ich kann sagen, seid gespannt. Im Herbst wird das ganze Ding rauskommen, mit Tanz und Song. Ach gut, das war ja klar. Untertitelung. BR 2018